wisst ihr was einfach total geil und lecker und schnell ist weißkohl mit rinderhackfleisch das ganze dauert genau zehn minuten du bratest zwiebeln knoblauch an hackfleisch dann machst du da pfeffer salz ein bisschen maggie rein und dann in weißkohl das ganze einmal richtig schön andünsten und dann hast du für ungefähr zehn personen innerhalb von zehn minuten richtig leckere geile mahlzeit aber das wichtigste ist bei diesem gericht immer da muss kümmel mit ran und wenn ihr kein kümmel zu hause habt zeige ich euch mal wo ihr den her bekommt ja genau bei mir ist es nämlich so dass bei mir der kümmel im garten wächst ja guck mal hier marngold erdbeeren zwiebeln hier alles voll basilikum herrlich und tierfreunde habe ich mitten in meinem garten kümmel wachsen kann ich jetzt einfach so neben die sagen kommen hier hätte das dann nehme ich jetzt eine gute handvoll hier ein paar köpfe viel habe ich da schon geerntet das habe ich schon praktisch in meinem gewürzregal ja das ist so das überbleibsel das soll sich selbst aussagen da guck mal richtig schön eine kleine ja das ist bestimmt so ein teelöffel oder esslöffel voll und der kommt damit rein lecker traumhaft umrühren richtig klasse traumhaft wollen euch noch einen schönen dienstag oder sie wie jastle sie gute uns